Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück. Äh, es geht in Richtung Videosverdienen, äh, 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 verweigern. Ja, ähm, zu, let's play, YouTubers live. Mit 200.000 Abonnenten erreicht, ähm, nein, danke. Was wollte ich denn machen? Wir müssen ein wenig produzieren. Ähm, neues Gaming-Video. Wir produzieren, ähm, ich würd sagen, das ist noch ganz gut dabei. Machen wir weiteres Gameplay? Cool, Conga. Ich hab nur keine Ahnung, wie ich das benennen soll. Äh, äh, äh. So, langsam wird es mir zu viel. Patrizia macht gleich auch nochmal gerne ein Video. Und ich merk grad hier mein Greenscreen. Hier. Ist nur ein bisschen, egal, im Arsch. Kurzer Kommentar. Da, klar passt das. Okay, ich brauch irgendwas. Hab ich nicht. Hast du eine Prachtprüge bekommen? Hörterischer Blick. Das passt wieder, hä? Ausschnitt. Äh, philosophischer Kommentar. Du hast ein Easter Egg gefunden. Mh, fachlicher Kommentar? Zusammenfassung gespielst. Unlustiger Kommentar. Fuck! Nein! Ich hab keine Punkte mehr. Ich hätte auf meine Punkte achten sollen. Ich glaub, ich sollte zu Veranstaltungen gehen, damit wir... Äh, das kommt als letztes auf jeden Fall mit dem. Dann kommt das da vor. Was ich jetzt hier als erstes nehme, ist Wayne. Ja gut, ich meine, hab ich gesagt, wir brauchen unbedingt das. Wir brauchen davon ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, erhöhen wir noch ein bisschen das. Ja, 53% ist, äh, fast in Ordnung. Wir brauchen unbedingt neues Spiel. Ich muss mir gleich unbedingt neues Spiel kaufen. Oh man. Nee. Tö-düm, tö-düm. Tö-dö-dün. Nein, danke. Geh nach oben. Konnte ich nicht hier... Ah, genau. Einkaufen! Yo, nice. Du hast eine neue Videoart freigeschaltet. Finde beliebte YouTuber und versuche ein Interview mit ihnen zu machen. Deine Fans werden es mögen und vielleicht abonnieren dich auch deren Abonnenten. Geil! Machen wir. Ja. Wir gucken jetzt aber erstmal nach einem Spiel. Heute ist der 19. April. Okay. Hm, 10. April. Was ist alles so lange her? Nehmen wir den 10. April? Ja, komm, wir nehmen den 10. April. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal bei PC World. World. Was es hier so gibt. Eine neue CPU vielleicht. Für den Rechner hier unten. Na, für den hier oben machen wir es nicht. Wir brauchen Wenden einen für oben. The STD. Wow. Freut euch auf... Äh, nee. Freut euch auf bald neue Gameplays. Yeah. Kauf ein Spiel. Cool. 137. Fuck. Wow. Schritt bei Schritt. Spiel ein bisschen, bevor ihr euch anschließt. Ein Walkthrough. Ich hab nicht mal ein Walkthrough 4 gestaltet, oder? Ups. Hab ich ein Walkthrough? Ach, das kann ich gleich gucken. Nein, ich hab nur Preview, Review und, äh, so weiter. Gameplay, Preview, Review und Unboxing, ja. Mein Game... Mann, mein Greenscreen. Hm. Sorry. Hm, Zusammenfassung des Spiels. Ähm. Machen wir mal einen philosophischen Kommentar. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Wir brauchen ein bisschen hiervon. Was? Der Rechner geht mal kaputt. Oh, Mann. Zeit, bevor das Spiel startet. Ähm. Lustiger Kommentar. Was? Du hast dein Easter Egg gefunden. Shit. Ich hätt wieder auf meine Dings achten sollen. Oh, Kacke. Das wird so ein Scheiß-Video. Das wird so ein verdammt schlechtes Video. Hm. Wir brauchen unbedingt davon mehr. Wir brauchen dann auch, ja, unbedingt das. Das könnten wir noch gebrauchen. Ha. Ich nehm das mal raus. Mach lieber Hintergrundmusik und das rein. Mann. Ich will mal wissen, was hier abgeht. Warum, warum... Ist das so komisch? Also, sind die Symbole so komisch? Symbole. Symbolen? Sym... Sym... Symbole. Warum sind die Symbole so komisch? Hä? Akzeptieren? What? Ich glaub, mein Spiel ist echt verwackt. Ich glaub, ich sollte das irgendwie mal neu installieren oder so. Scheiß, die Wand dann. Was ist denn hier los? Wir sollten erst mal Essen kaufen, bevor wir essen. Wir brauchen unbedingt irgendwie ein paar Hotdogs oder so. Hotdogs klingt gut. Die führen auch mehr Erleben auf... Erleben? Mehr Dings auf. Ähm... Pizza. Kaufen wir mal ein bisschen Pizza, wir haben ja das Geld, ne? Ich dachte, ein Mitarbeiter mit einem eigenen Computer zu haben sei eine exzellente Idee. Ich wollte mehr, viel mehr. Der Wunsch, um ein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen, wurde immer größer und ich entschied mich dazu, ein neues Zuhause zu suchen, von dem aus ich meinen Kanal noch besser erweitern könnte. Machen wir noch. Du machst jetzt erst mal ein Video. Und zwar ein Preview zu diesem Spiel hier. Das ist die Stunde der Wahrheit. The STD heißt nicht die Stunde eigentlich so auf Deutsch, STD und so. Das ist die Stunde der Wahrheit. Yeah. Weiter. Ähm... Wir essen eine Runde. Mh, 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 mh. Eine Pizza. Würde ich sagen, danach gehen wir mal eine Runde arbeiten. Für 50 Dollar. Wie viel kostet denn das neue Zuhause dann? 950 im Monat. Alter Vater. Ich mein, ich hab jetzt ne Rechnung von 900 Durch meinen Arbeiter, wie soll ich das denn machen? Heia, scheiß die Wand dann Okay Ich glaub Das können wir noch nicht machen Dann gehen wir nochmal arbeiten 40 Äh, wir nehmen Nyan Cat Intro mit Effekten Nehmen wir mal Nyan Cat Auch wenn's ein gestohlenes Video, äh, also wenn's ein Copyright Ähm, Strike Gibt Ist egal Würde ich jetzt erstmal sagen Zeige das Ergebnis Oh, oh Ja, ist okay Ist jetzt nicht so super Aber okay Ist, ist, ist okay Ähm, mach ein Video Zudem ein Gameplay Irgendwie müssen Müssen wir die Zeit Totschlagen Ich heiße, ich bin echt scheiße im Namen geben Aber, was soll's Dann geh ich nochmal arbeiten Sie macht das die ganze Zeit Videos für mich Und ich geh erstmal arbeiten Willst du mich da halten? Nein, will ich nicht Das Video geht schon mal hoch Das Video geht schon mal hoch Oder wird schon mal hochgeladen Und Ist fertig Ja, es könnte ganz gut worken So Dann statte ich erstmal die Computer komplett aus Sodass ich, ähm Wieso kann ich nicht arbeiten gehen? Weil wir nicht komplett ausgeschlafen sind Oder was? Okay Ja Geht, ne Danach essen wir nochmal eine Runde 1200 Dollar Ist okay Müssen auch bald die 900 zahlen Das ist das Problem An sie halt Wie viel kostet sie eigentlich? Alter, die kostet mehr als die Wohnung Das klingt irgendwie ein bisschen falsch, oder? Kuss Nein So, zeige das Ergebnis Aha Ist aber ganz okay Okay, nice Ja Laden wir auf jeden Fall hoch Würde ich sagen Reparieren Wie sieht's mit dem oberen Rechner aus? Okay Kaufen wir mal kurz einen Zwei neue Spiele Mal sehen, was es da so gibt Sind ja wieder ein paar Tage vergangen Amazing on 13. April Alter Vielleicht sollten wir uns auch mal eine neue Konsole kaufen Moment Vielleicht sollten wir hier mal ein paar Konsolen kaufen Die Z-Box 360 Kostet 400 Kaufen wir erstmal Ja, Marktanteil ist halt wenig, ne? Kaufen wir mal die Honey Play Studios Okay Wenn du nichts unternimmst, ist es unsere Freundschaft Ja, ich Ich konnte da nicht lesen, was da noch steht So Gucken wir mal Können wir hier auch ein Unboxing machen? Nein Gucken wir mal jetzt Hier weiter Gucken wir Äh, wir kaufen mal ein Jetzt könnten wir vielleicht Wir haben Was haben wir geholt? Die Honey Play Studios 2, ne? Ja Keine Spiele Was? Okay Ja, komm Dann müssen wir uns 2. April Hä? Hatten wir nicht eben was mit dem 13. April? 26. April Nice Kaufen wir Klamwars erscheint bald Okay Oh fuck, wie viel ist meine Rechnung? Oh, verdammt Ja, das dürften wir aber Ja, in 4 Tagen dürfen wir das locker zusammenkriegen noch Machen wir mal ein Unboxing Arbeitsplatz 1, richtig Omniausgabe Fortsetzen Klamwars Mh, das Neue Nja Bald Bald Wird Alles Bald 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 Werden Alle Gegner Eliminiert Seid Mit Dabei Ach, da ist sie Kannst du neues Nein, kannst du nicht Nein Wir müssen das Unboxing machen Dann macht sie ein Gameplay Äh, ein Preview davon Wir machen Gameplay 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 Review Ergebnis anzeigen Gut Das Geld haben wir auf jeden Fall zusammen Ähm Was gibt's so viel Erfahrung? Wann denn? Ne Intro mit Logo Startet die Aufnahme Interaktiver Ladebildschirm Ähm Lustiger Kommentar Ich weiß nicht Fröhliche Äußerung Warum geht das? Was ist denn los mit dir? Immerhin konnten wir das noch machen Mh, machen wir das? Würde ich sagen Das Mh, 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 mh Warte, wie schneiden wir das? Ähm Fangen wir lieber hier an Gehen dann weiter damit Machen das dann so Gehen rüber da hinten Hier Zack Wir brauchen ein neues Bearbeitungsprogramm Scheiß, die waren dann Ich würde sagen Dann lassen wir eins weg Das hier können wir weglassen Dann packen wir lieber das hier damit hin Oder so Keine Ahnung Ähm Weichen Fokus Farbe zu ordnen Hintergrundmusik Titel wählen Rendern Hi Das Interesse ist ziemlich gut Okay, nice Nice, nice Hochladen Wir nehmen einen Ratschlag Schlafen gehen Essen Du machst bitte ein Gameplay Äh, eine Preview Zu Clan Wars Auf Arbeitsplatz 2 Die Kampfmechanik Ist der Hammer Ich sehe sie halt hier oben einfach mal nicht Lol Dö-düm-düm-dö-düm-düm Pizza Der ist ja in Betrieb Das ist ja Arbeitsplatz Genau, da haben wir Arbeitsplatz 1 gemacht Dann gehen wir mal eine Runde arbeiten 8 Stunden für 80 Und 12 Stunden für 60 Lol Äh, klar machen wir Wir machen Gameplay Oh ja, oh ja Wir haben sogar den Nintendo Death Bis wann müssen wir das machen Bis wann müssen wir das machen Bis 5. Mai Dann kriege ich das locker hin mit dem Unboxing etc Nein, wir wollen uns nicht unterhalten Arbeitsplatz 1 Omniausgabe National Lamp Und zwar Das Ähm Das neue Ne, warte mal Der neue Farmsimulator Ist da Wir hätten vorher arbeiten Warte mal Schlafen Damit wir unsere Dings wieder auffüllen Danach machen wir das Video weiter Wir haben noch 5 Tage 5 Tage, das dürfte reichen Ja komm Ähm Nein Ich will Wieso kann ich mir das nicht angucken Okay, dann machen wir erst mal das Video fertig Dann zeigen wir Äh, dann lassen wir uns ihr Video zeigen Wir haben die Rechnung bezahlt 1000 mittlerweile? Warum will die denn so viel? Oh man Ähm Zusammenfassung des Spiels Wir machen einen Lustigen Kommentar Du hast das Spiel Unter 1 Minute mit 3 Einheiten gewonnen Wow Mörderischer Blick Interaktiver Ladebildschirm Ähm Und lustiger Kommentar Wow Das hat funktioniert Wow Ähm Das Hat funktioniert Ladebildschirm Kurzer Kommentar Singender Kommentar Weil wir ein Level aufgestiegen sind Ja Passt Und Wir haben noch 3 Tage Oh shit 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 Okay, nein Wo ist sie Wo ist sie Zeige dein Videoergebnis Wow Das war eine Preview zu dem Spiel Ne, genau Jetzt ist die Zeit angehalten Ne, ja, gut Hochladen Dann machst du Mach ein neues Gaming Video Äh, zu dem Spiel Glaube ich war das Ne, ja Du machst eine Preview Shit Wir haben die Konsole nicht mehr Was Ach kacke Stimmt Ich hab sie ja nicht gekauft Oh damn Bin ich dumm Oh scheiße Bin ich dumm Oh man Das ist kacke Oh fuck Oh shit Da müssen wir die Konsole sofort kaufen Wir machen sofort ein Gameplay Scheiß auf, äh, Preview oder sowas Wir machen ein Gameplay Nice Mehr Glühlampen Und 10% Rabatt Nehmen wir gerne Ist das Video Ja, das Video ist gleich oben Dann kaufen wir ein Pizza essen Oh man, wir haben noch Ja, obwohl das dürfte Das dürfte hinhauen Das dürfte hinhauen Einkaufen All Consoles Das hier Kaufen Kaufen Kommt gleich an Okay Och man Hui Ich dachte die Musik vielleicht mal ein bisschen Ah, ne Fortsetzen Öffnen Du Äh, nein Wir Neues Gaming Video Zu dem Spiel Gameplay Video starten Arbeitsplatz 1 Richtig Das Fortsetzen Ähm Das Farmleben Macht Macht Ein Heide Macht Macht Unmengen An Spaß Hä, was hab ich gedrückt? Nein Oh, das Video ist einfach mal total Scheiße Ich hab den Namen einfach mal Ich bin Ich bin nicht auf Enter gekommen, aber okay Zeig mir, wo das Spiel beginnt Ähm Kurzer Kommentar Du bist Du bist in Level Aufgestiegen Äh, singender Kommentar Interaktiver Ladebildschirm Ähm Unlustiger Kommentar Die, deine Basis wurde zerstört Während der Gegner angegriffen hat Äh, wir machen einen fachlichen Kommentar Weil das hier Eigentlich doppelt zu viel bringt Und warum war es falsch? Zusammenfassung des Spiels Ähm Wir haben jetzt dreimal einen Einzelnen, Alter Spieltutorial Ähm Fröhliche Äußerung Mann Das kann doch nicht wahr, Stein Was ist das denn? So langsam ist das ein bisschen Echt nervig Ich muss das Spiel unbedingt neu installieren Wir haben noch einen Tag Ach du Kacke Ähm Wie machen wir das? Ist Pause? Nein, es ist nicht Pause Oh, scheiß, die Wand dann Machen wir das Dann nehmen wir Ja, den Dann machen wir Was machen wir denn jetzt? Das 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 Und das Dann brauchen wir unbedingt das Das nehmen wir nochmal ein Stückchen Hintergrundmusiktitel wählen Zack Brauchen unbedingt ein neues Schnittprogramm Das Video Nein 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 Als ob, Alter Ach, leck mich Leck Mich Fett Dann gucken wir mal unsere Spiele an Was haben wir denn hier so Was einfach weg kann Das kann weg Das kann weg Warte mal Boah, das wird immer noch einen ziemlich krassen Hype, sag ich mal Ähm Und dann kann Ja, das hier kann auch weg Nein, danke Will ich nicht Uh Ah, ah, ah.